Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal nur knapp um die Änderungen zum Oktober 2023 in der Marktkommunikation. Aber die Änderungen, die praktisch zwei Tage vor GoLive veröffentlicht worden sind, nämlich am 29. September 2023. Wie gesagt, zum 1. Oktober 2023. Das ist schon relativ heftig. Wir kennen es ja eigentlich so, dass wir unsere Nachrichtentypen, unsere Formate, die Formatanpassungen, ein halbes Jahr vorher, also typischerweise zum 1. April, für den 1. Oktober veröffentlicht bekommen. Und in den letzten Jahren mussten wir uns schon mal daran gewöhnen, dass es dann meistens noch eine Zweiteilung gab, weil es ja viele Nachrichtentypen betroffen hat, viele Formate betroffen hat. Und man deswegen zum Beispiel nochmal im Laufe des Aprils, so Richtung Mitte, Ende, eine zweite Veröffentlichung für den Oktober dann hat. Das war dann schon eine Verkürzung, dass man eben nicht mehr ein halbes Jahr für die IT-technische und noch prozessuale Umsetzung hatte, nur ein paar Wochen weniger. Aber das war immer noch irgendwie bewältigbar mit Aufwand. Wenn man nun aber am 29. September die ab zwei Tage später zu nutzenden Formate anpasst, was auch heißt, dass das ja IT-technisch und prozessual dann mal demnächst funktionieren muss, dann ist das ein Problem. Kleine Beruhigung kann man insoweit noch dazu sagen, die meisten Auswirkungen sind so richtig operativ, dann erst etwas später zum Beispiel zum Jahreswechsel, weil wir ja gerade im Kontext der Blindarbeitsabrechnung und Co. dann erst zum Jahreswechsel die Änderungen haben, zum Beispiel da eben von Normalos, von Nelo. Aber ja, trotzdem, trotzdem, es ist ganz schön heftig gewesen, dass man das so zwei Tage vorher macht. Ich hatte ja auch, dass wir vorher schon was hier veröffentlichen wollen, ich hatte ja leider einen Datencrash, was auch meine Veröffentlichung in einem Fachkurs zu Marco da ganz schön zurückgeworfen hat. Ich musste alles nochmal produzieren, aber das ist jetzt mittlerweile online. Wer sich jetzt größer und umfassend mit den Änderungen beschäftigen möchte, die hier kommen, der kann auf unserem Online-Shop den Fachkurs Marktkommunikation Oktober 2023 kaufen. Der ist jetzt natürlich schon deutlich runtergesetzt, weil er zu spät praktisch veröffentlicht ist, aber daran bin ich oder mein Produktionsrechner schuld. Naja, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Gehen wir mal in die Änderungen rein, die wir jetzt hier haben. Ich will, bevor ich auf die eigentlichen Datenformate eingehe, nur ganz kurz noch darauf hinweisen, dass es hier noch eine Mitteilung Nummer zwei gibt zur Umsetzung des Universalbestellprozesses. Am 4. Oktober ist hier eine Empfehlung gekommen zur Mächterbetriebsabrechnung gegenüber dem Netzbetreiber, die als informatorische Arbeitshilfe zu verstehen ist. Die ist vom BDEW, also vom Branchenverband und ist insoweit unverbindlich, aber sollte genutzt werden, wenn man den Messstellenbetrieb gegenüber dem Netzbetreiber umsetzen möchte, bevor wir erst Richtung Ende des Jahres die eigentliche verbindliche Veröffentlichung von der Bundesnetzagentur bekommen. Hier gibt es dann dementsprechend eine 17-seitige Arbeitshilfe, die den Prozess der Preisblattübertragung, nämlich Preisblatt-Mächterbetrieb mit IMS gegenüber dem Netzbetreiber, also mit einem intelligenten Messstellen, mit dem Smart Meter, zum einen umsetzt und dann auch noch die Abrechnung selbst. Wenn man jetzt da reinschaut, es sind nur 17 Seiten, man kann sich das also tatsächlich mal anschauen, wenn man da weiter reinschaut, merkt man, es ist eine ganz normale Preisblattübertragung und es ist eine ganz normale Abrechnung, so wie man sie auch in anderen Prozesswelten kennt, wie in der Netz-Nutzungsabrechnung oder anderen Messstellenbetriebsabrechnungsgeschichten. Das ist jetzt eben der Sonderfall mit dem intelligenten Messsystem und dann irgendwie die Abrechnung in Richtung des Netzbetreibers, was wir dann in Zukunft auf Grundlage der verschiedenen Bestellungen, die ein Netzbetreiber durchführen kann und dann vor allem auch im Kontext der weiteren Automatisierung und Digitalisierung, wo wir dann also verschiedenste Leistungen haben, die zwischen den Markthorn hin und her ausgetauscht werden können und die vor Messstellenbetreiber dann auch oft umgesetzt werden müssen, da wird es dann also regelmäßig kommen und nun ist es so, dass wir hier eine operative Umsetzung im Prinzip vorher haben, bevor die eigentliche verbindliche Veröffentlichung von der Bundesnetzeigentur kommt, also gibt es diese Arbeitshilfe von BDIW. Inhaltlich sind diese beiden Prozesteile, also Preisblatt und Abrechnung selbst, aber genauso aufgebaut, wie wir sie bei vergleichbaren Prozessen in anderen Themenbereichen kennen. Deswegen kommen wir jetzt auch schon zu den Formatanpassungen, die sind insoweit ein bisschen kritischer. Wenn wir auf Idiot Energy gehen, Dokumente und dann aktuell gültig, weil mit so weit sind wir ja soweit, dann sehen wir hier immer, na, 1.10., 1.10., das ist also schon mal grundsätzlich richtig. Worauf wir jetzt achten müssen, um unsere geänderten Dokumente zu finden, ist zum einen die Formulierung außerordentliche Veröffentlichung, die schon darauf hinweist, naja, es gibt eine außerordentliche Veröffentlichung, also irgendwas ist hier noch und wir sehen ja auch, es gibt die Normalversion 2.0e von der IFSA und dann gibt es die 2.0e außerordentliche Veröffentlichung, das ist also ein zweites Dokument, was in diesem Fall also zum 29.09. rauskam und neben dieser außerordentlichen Veröffentlichung kann man auch noch den Ausschau halten nach den Dokumenten, bei denen hier eine Feserkorrektur zum Stand 29.09. steht. Diese beiden Formulierungen weisen darauf hin, dass wir dort Anpassungen haben, die jetzt kurzfristig passiert sind. Dann machen wir das uns mal ganz einfach und suchen jetzt hier einmal nach dem 29.09. und sehen zwölf Ergebnisse. Dabei möchte ich darauf hinweisen, das ist eine Doppelung im Regelfall, weil wir hier die eigentlich konsolidierte Leserfassung haben. Das ist dann unser Arbeitsdokument, mit dem wir die Fehlerkorrekturen zu diesem Stand auch dann uns anschauen können. Und zum anderen gibt es immer noch die informatorische Leserfassung. Das ist ja etwas, was vor einer Weile eingeführt wurde, in dem Kontext, dass man da einfach nochmal eine Word-Datei hat mit praktisch einer Vergleichbarkeit von alt und neu, was auch nicht schlecht ist. Naja, also kann man sagen, wenn wir das als Doppelung sehen, sind es hier sechs relevante Dokumente. Das haben wir bei der MS-Cons. Bei der Code-Liste der OBIS-Kennzahlen. Wir haben das bei den Regelungen zum Übertragungsweg 2.0. Das ist dann auch wieder der AS4-Ansatz. Wir haben das beim AS4-Profil. Das sind vor allem dann technische Dokumente. Wir haben das bei der Partim. Bei der UTM die Gas. Und dort sowohl beim MEG, also dem Implementierungshandbuch, als auch beim AHB, dem Anwendungshandbuch. Und dann sind wir auch schon wieder oben. Okay, das waren jetzt also diese Fehlerkorrektoren, Stand 29.09. Und dann, wie gesagt, die Außer... Ach, falsche Tastatur. Moment. Außerordentliche so. Und da haben wir jetzt hier 20 Ergebnisse. 20 Ergebnisse. Wir können ja mal versuchen, ganz oben zu starten. Auch hier prinzipiell von der Doppelung ausgehen, weil es auch hier die informatorischen immer gibt. Wir sehen das jetzt beispielsweise bei der IFSTAR, im MIG und im AHB. Also in diesem Status-Nachrichtentyp. Wir sehen das in der Orders-Bestell-Dokument. Wir sehen das in dem Sammel-Anwendungshandbuch für die Recodes, die Quodes, die Order, Order Response und Order Change. Also für den gesamten Bestellungs- und Angebotsprozess. Wir sehen das außerdem bei der Code-Liste der Artikelnummern und Artikel-IDs. Also die Mestellprodukte oder anderartigen Produkte, die hier mit einem Preis versehen werden können. Also auch die Umlagen, auch die anderen Aspekte, die in der Rechnung einfach stehen könnten. Also verschiedene Leistungen, die abrechenbar sind. Die sind ja noch getrennt in alte Versionen Artikelnummern, neue Versionen Artikel-IDs, gerade auch nochmal sportentechnisch Gas und Strom. Da gibt es Anpassungen. Wir haben das bei den Entscheidungsform-Diagrammen und Codelisten und bei den Prüfidentifikatoren und bei der UTM die Strom, sowohl im MIG als auch im AHB. So, jetzt wissen wir das. Es ist also schon mal relativ viel. Dafür, dass es zwei Tage vor Go-Live passiert, weil, naja, nochmal, gültig von 1.10.2023. Also, das dann zwei Tage vorher zu machen, ist wirklich ein bisschen knapp. Aber es gibt da wohl verschiedene Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen, die das nicht verhindern ließen. Es gibt auch im Prinzip vom BDW die Aussage, schade, dass das jetzt so kurzfristig war, aber im Großen und Ganzen, wir können nichts daran ändern, dass wir noch im Laufe dieses Jahres oder zum Jahreswechsel dann eine operative Wirkung von verschiedenen Prozessen haben, dass wir aber gesetzliche Rahmenbedingungen haben, die sich irgendwann mal geändert haben. Wir werden nämlich gleich sehen, dass es unter anderem am Energiefinanzierungsgesetz liegt und auch am Energiewirtschaftsgesetz, was hier gemacht wird. Und dass das ja jetzt aber auch operativ umgesetzt werden muss, jetzt, jetzt, nicht dann erst zum April zum Beispiel nächsten Jahres, wenn wir die typischerweise nächste Anpassungsrunde hätten, sondern jetzt. Woran liegt es nun also? Dafür gehe ich nochmal kurz zurück zu mir. Woran liegt es? Wir haben zum einen im Energiefinanzierungsgesetz, das ist ja eine Neueinführung vor zwei Jahren gewesen, vor ein, zwei Jahren, bei der es darum ging, es sollte ursprünglich ein Energieumlagengesetz heißen, dass man so eine Sammlung macht, jetzt von allen relevanten Finanzierungsbedarfen und auch Verteilungsmöglichkeiten von eingesammelten Geldern praktisch, dass man die eben alle in ein Gesetz schreibt. Und wenn es jetzt also zum Beispiel Rahmenbedingungen gibt, die dafür sorgen, dass eine Marktlokation privilegiert werden kann bei einer Umlage, bei einer Abgabe, dann muss das da in dem Gesetz also stehen, tut es auch. Und dann heißt es aber auch, dass bei bestimmten Marktlokationen mit bestimmten Eigenschaften zum Beispiel dann eine Privilegierung reingeschrieben werden kann, die dann eben sagt, bei dieser Marktlokation wird eine bestimmte Umlage geringer verrechnet. Also Wirkung aus diesem Energiefinanzierungsgesetz in unsere operative Abrechnungswelt. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir jetzt hier Anpassungen haben. Das werden wir dann gleich noch sehen. Wir gucken in zwei konkrete Beispiele mal rein. Energiefinanzierungsgesetz ist da also Thema. Und zum anderen haben wir die Paragraf 14a Energiewirtschaftsgesetz-Thematik, die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die ja nun auch integriert werden sollen, weil zum 01.01.2024 dort ja auch jetzt das Go-Live ist, für Anlagen einer bestimmten Größe, die dann in Betrieb gehen würden, also ab dann in Betrieb gehen würden, ob die eben jetzt in die, ich sag mal, Steuerbarkeit unbedingt sofort einfließen müssen oder erst nach einer gewissen Übergangszeit oder ob die von vornherein praktisch nicht in Frage kommen, weil sie vielleicht zu klein sind. So, auch da gibt es also jetzt Auswirkungen, dass man praktisch nochmal bestimmte Eigenschaften rund um Paragraf 14a hinterlegen will. Und da merken wir schon, es geht zum Beispiel um Stammdaten, es geht dann auch um Statusmeldungen und so weiter. Wir werden das dann sehen. Und ja, wie gesagt, diese noch nicht abgeschlossene Festlegung aus der Bundesnetzagentur, die jetzt eben auch dafür sorgt, dass hier zum Beispiel die Semesterbetriebsabrichtungsgeschichte das so ein bisschen geändert wurde. Also verschiedene laufende Themen, die in der ursprünglichen Festlegung unserer Datenformate zum 1.10. Also noch nicht so vorlagen und mittlerweile aber ihre Wirkung entfaltet haben, auch bald operativ wichtig sind. Also müssen die jetzt noch schnell reinkommen. Das ist im Großen und Ganzen der Hintergrund. Und dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal in ein, zwei Beispielthemen. Ich glaube, interessant ist auf jeden Fall die IFTS da, weil wir dort schon einen ganz relevanten Teil der Themen finden können. So, jetzt musste ich kurz schneiden, weil ich habe tatsächlich plöderweise das falsche Anwendungshandbuch geöffnet, also die falsche Version, eben nicht die mit der außerordentlich veröffentlichten und habe dann irgendwann bemerkt, irgendwie fehlt mir hier die Angabe, die ich euch zeigen wollte. So, wir gehen jetzt also in das MEG und in das Anwendungshandbuch. Das MEG-Implementierungshandbuch beschreibt da, welche Inhalte überhaupt in das Dokument rein können, also in diese Statusmeldung und das AHB beschreibt, in welchen konkreten einzelnen Prozessanwendungen welche Zusammenstellung von Inhalten richtig ist. Also welche Pflichtangaben in welchem Prozess praktisch angewendet werden müssen. MEG immer als, was kann überhaupt drinstehen und AHB, was kann in einem einzelnen konkreten Prozess nun drinstehen. So, wir sehen im MEG-Änderungshistorie ab Seite 135 und es sind nur 135 Seiten also. Nicht so viel, können wir uns gleich genauer anschauen. Im AHB mit 80 Seiten sehen wir eine Änderungshistorie ab Seite 79. Das ist auch nicht so viel. Kann man sich also auch mal ruhig anschauen. Und man kann jetzt, glaube ich, hier schon ganz gut anfangen, wenn wir jetzt einfach mal reingehen in die erste Seite im AHB. Und wichtig ist auch hier nochmal ganz, ganz wichtig bei diesen Dokumenten. Ihr seht hier hinten Anpassung 29.923. Nur das ist jetzt diese ganz kurzfristige Anpassung. Wenn hier drunter steht Fehler 20.07.23, dann ist das jetzt mit reingekommen. Aber ist es gar nicht so kurzfristig veröffentlicht worden? Oder ist es gar nicht so aus dieser neuen Thematik? Das ist auch wichtig, dass hier diese Fehlerkorrektur stattfindet. Aber die kam jetzt nicht vom 29.09. Die war vorher schon in den Datenforen unterwegs, ist schon in der Umsetzungsfrage gewesen oder vielleicht auch schon in einer vorigen veröffentlichten Lesefassung gewesen, wo praktisch dieser Fehler bereits aufgeführt war. Also guckt jetzt hier immer nach Anpassung 29.09. So. Und dann sehen wir hier ein Kapitel. If zur Anwendungsfelde in den GPKE-Prozessen heißt jetzt, if zur Anwendungsfelde vorwiegend in den GPKE-Prozessen, und dort gibt es ein neues Kapitel Informationen zur Privilegierung nach NFG Energiefinanzierungsgesetz vorhanden. Das ist also ganz neu, vorher nicht vorhanden, bisheriger Stand nicht vorhanden, neuer Stand vorhanden. Das ist jetzt also komplett neu und wird hier berücksichtigt. Man könnte es also zurückscrollen und das Inhaltsverzeichnis in dieses Kapitel springen und hat dann eine tabellarische Auflistung, was in diesen Prozessen da anzugeben ist. Wir können aber auch hier einfach mal noch kurz in der Änderungshistorie bleiben, ein bisschen weiter runtergehen. Sehen wir hier zum Beispiel auch hier eine Fehlerkorrektur 29.9. Da steht hier, der String Datenelement 6060 hat an dieser Stelle nichts zu suchen. Das ist tatsächlich einfach nur ein Bedingungsfehler gewesen und hat keine so unmittelbare operative Bedeutung aus diesen kurzfristigen Themen, sondern war einfach nur ein ernstzunehmender Fehler, da jetzt erst aufgefallen ist, dass in diesem alten Stand dieses Datenelement in der Bedingung einfach gar nicht so zu stehen hat. Alles klar. Also sehen wir, inhaltlich, operativ inhaltlich ist in dem Anwendungshandbuch nur dieses Kapitel mit den Informationen zur Privilegierung neu. Gucken wir gleich noch mal rein. Im MIG Überraschung, Überraschung sind wir beim selben Thema. Anpassung 29.9. Wird zum Austausch der Informationen für die Privilegierung der Netznutzung von Marktlokationen nach NFG benötigt. Es gibt dann nämlich hier eine Ausprägung im SG14 CNI Log SG15 den Grund der Privilegierung nach NFG. Alles klar. Das ist also das Neue und ist hier in der IfStar und ich weise auch schon mal drauf hin, was wir jetzt hier lernen, steht so auch in der UTMD zum Beispiel. Ist also auch eine Änderung in der UTMD, wo wir eben die Stammdaten für diese Privilegierung hinterlegen. Da haben wir hier auch noch so eine Art wie Statusmeldung, die dann eben auch darauf hinweist, dass diese Privilegierung dann auch wirkt. Also, kleiner Trick, wie immer in diesen Dokumenten, weil die ja viel zu groß sind, um einfach so herumzuscrollen. Wir suchen jetzt einfach mal nach NFG. Da sehen wir hier schon eine ganze Menge an Ergebnissen. Wir können das aber dann relativ schnell finden. Hier steht nämlich schon genau das, was wir gerade angesprochen haben. CNI-Log-SG15. Das hier ist der Änderungsort, an dem jetzt angepasst wurde. Grund der Privilegierung. Und hier ist dann am Ende des Tages in diesem Segment, dann ist mal hier nochmal die Öffnung Z41, Grund der Privilegierung. Also dahinter steht dann jetzt gleich der Grund oder die Gründe. Und dann stehen hier ZO5, Stromspeicher, ZO6, Wärmepumpe, ZO7, Kuppelgas, Verstromung, Wasserstoff, Stromkostenintensive, Unternehmen, etc. Landstromanlage. Also hier haben wir eine Auflistung von Privilegierungsgründen nach Energiefinanzierungsgesetz, die dafür sorgen, dass praktisch in einer Marktlokation irgendeine Berechnung niedriger angesetzt werden kann. Und wenn wir dann sehen, dass das hier nochmal aufgelistet wird und nochmal und nochmal und nochmal, dann liegt das vor allem daran, dass man, und das sieht man dann hier auch im Beispiel, mehrere Gründe nacheinander auflisten kann. Die Privilegierung kann sich aus mehreren Einzelbestandteilen ergeben und dementsprechend sind auch mehrere angehbar. Dann sieht das aus wie SDS für den Status Z41, weil wie gesagt Grund der Privilegierung und dann hinter dem Plusplus sehen wir dann die eigentlichen Angaben. Zeitung 5, das war der erste Teil, ich glaube, der Speicher, Wärmepumpe, Kuppelgas und so weiter. Diese einzelnen Auflistungen, die dann innerhalb der Natur sind. Und wenn wir das jetzt nochmal ähnlich machen, in dem Anwendungshandbuch, wo wir ja für den einzelnen Anwendungsfall die Inhalte sehen, dann haben wir hier zum Beispiel dieses Kapitel und haben dann hier auch schon den eigentlichen Prozess. NFG-Informationen vom Lieferant an Netzbetreiber. Hier wird also der Lieferant praktisch angeben, was liegt denn bei dem Kunden praktisch vor und dementsprechend müssen dann auch die, also müssen dann die Standdaten ordentlich aufgebaut sein per UTMD und so weiter und so fort. Und wenn wir dann hier eben scrollten, sehen wir schon NFG-Informationen, Dokumentennummer, wo also die einzelne Datei jetzt so benannt wird. Wir haben dann weiter unten den Identifikator für die Makrolokation und dann Grund der Prioritierung, das was wir gerade schon gesehen haben, dass also hier diese Punkte dann angegeben werden können. Mehrfach. Und dann zum Beispiel auch eine Gültigkeitszeitspanne, also für wann, das ist hier übrigens ganz wichtig, ein Wert 602, der weist darauf hin, dass es eine reine Jahresangabe ist. Deswegen steht hier auch CCYY, das ist eine reine Jahresangabe wie 2024. Und dann nochmal privilegierte Energiemenge, da kann dann also wirklich die Menge selbst eingetragen werden, die privilegiert ist. Und dann war es das auch schon. Erreichte Menge in dem Intervall mit Kilowattstunden, Kunde und das war es dann auch schon. Dann sind wir auch schon beim nächsten Dokument. Also relativ klar, was hier in der IFSTAR passiert. Es ist einfach eine Angabe dieses neuen Themas Priorisierung aus dem Energiefinanzierungsgesetz. Und was ich euch glaube ich auch noch zeigen will, ist dann neben der IFSTAR die Orders. So, die Orders. Dann nehmen wir einfach mal nur das MEG. das sollte hier sogar reichen. Orders MEG außerordentliche Veröffentlichung. Weil das Anwendungshandbuch ist ja das Gemeinsame, wo wir dann die ganzen einzelnen Punkte hier sehen würden. Wir gehen also in das Orders MEG und sehen auch hier Anpassungen wegen Festlegungsverfahren zur Integration von steuerbaren Verbrauchsanrichtungen das zweite große Themenfeld § 14a Gewirtschaftsgesetz. Auch hier gucken wir im Zweifels also in die Änderungshistorie, die witzigerweise auch nur auf einer Seite steht. Also auch relativ gut überblickbar. Und wir sehen, alle diese drei Zeilen haben etwas mit § 14a zu tun. Es ist also hier auch eine relativ klare Geschichte. Das können wir uns das genauer anschauen. Es gibt im BGM, das ist der Anwendungsfall dieser jeweiligen Nachricht, eine neue Angabe Z84 Bestellung Änderung Netzentgelte aufgrund netzorientierter Störungsmöglichkeit. Mit dieser Orders Bestellformat würde es also gesagt werden, hey, weil wir gemäß § 14a Steuerberater Verbrauchsanrichtungen die Netzdienung nicht einsetzen, werden jetzt auch die Netzentgelte verringert und wir bestellen jetzt praktisch auch diese Verringerung beim Netzbetreiber. Und das Ganze hat auch einen Prüfi-Identifikator als immer, wenn es ein neues BGM gibt, gibt es auch einen entsprechenden Prüfi, das ist also zu Z84 hier die 17.010 und dann sehen wir einfach unten eine Segmentausprägung erforderliches Modul der Netzentgelte, wo wir dann LIN, SG30 und CCI haben und dort werden wir dann auch die einzelnen Punkte finden können, die darauf hinweisen, was jetzt dahinter steckt, also wie diese Netzentgeltreduzierung aussieht, weil es da ja verschiedene Modelle gibt, da sind wir mal kurz darauf eingegangen, als wir diese Dokumente von der BNSA uns angeschaut hatten, die ja damals konsultiert wurden, sind. Also insoweit ist das relativ klar. Da ist auch nicht viel mehr passiert in dieser Orders, beispielsweise in der Order Response wird genau darauf wieder referenziert, eben als Antwortmöglichkeit. Da kann man diese beiden Formate auch wieder relativ schnell abhaken, wenn wir uns daran erinnern, dass wir relativ viel Suchergebnisse hatten, die zum 29.9. angepasst worden sind. Hier nun also, kann man mal sagen, wie machen wir das sinnvollerweise? Wir suchen vielleicht einfach mal wirklich nach Netzorientiert. So, dann sehen wir hier oben beispielsweise unsere Z84 als BGM, also als Anwendungsfix, Zerrichter immer gerne im Beginn der Nachricht. Hier wird dann immer angegeben, was für eine Art von Orders ist das überhaupt? Ist das eine Orders, die etwas Bestimmtes bestellt? Und dann sieht man anhand des Codes, was bestellt sie denn? In unserem Fall die Z84. Klar. Und dahinter ist dann meistens noch die Identifikationsnummer, mit der die Nachricht selbst eindeutig identifiziert werden kann. Also BGM plus, dann hätten wir unsere Z84 plus und dann die ID-Nummer. Alles klar. Der Prüfi 17.010, den wir gesehen haben, Prüfi-Identifikator als Referenzsegment. Und dann bin ich schon wieder unten. Ah, Moment, dann muss ich das jetzt mal wahrscheinlich anders machen. Ah, na hier, ganz einfach, ich suche nach erforderliches Modul der Netzentgelte. Hier. Ja, machen wir das doch einfach mal so, erforderliches Modul. Erfordertliches Modul. Und das sieht dann schon viel besser aus. Wir sehen hier die Segmentausprägung und haben dann hier auch schon den eigentlichen Beginn. Da wird das praktisch nur die Segmentgruppe geöffnet, in der dann weitere Angaben gleich stehen werden. Und hier haben wir dann das eigentlich Relevante, nämlich das CCI, in dem dann steht Z62 Modul der Netzentgelte. Und dahinter dann, wie wir es hier unten auch sehen können, vielleicht ist es relativ klein, wo wir dann dahinter sehen können, eine Grundangabe oder eine inhaltsliche Angabe, die jetzt darauf hinweist, wie es dazu kommt oder in welchem Modus das Ganze immer überläuft. Und das sehen wir hier drei Varianten. Pauschale Netzentgeltreduzierung, das ist das Modul 1 aus der Prozessbeschreibung oder den Rahmenbedingungsdokumenten der Bundesnetzagentur zur § 14a. Wenn es nicht pauschal ist, dann haben wir eine prozentuale Reduzierung im Arbeitspreis nach Modul 2, das wäre dann ZG4 oder ZG5 das Anreizmodul Zeitvariables Netzentgelt, was dann praktisch noch mal so ein bisschen besonders lukrativ sein kann, wenn man besonders netzdienlich sich einsetzt. Diese drei Module kann man ja dann je nachdem auswählen, wenn man hier als netzdienlich operierender steuerbare Verbraucher unterwegs ist und diese Elemente geben dann jeweils an, welche Variante davon genutzt wird, also welches Modul dieser Netzentgeltreduzierung in Frage kommt. Ja, und so ist das Ganze dann auch schon aufgebaut. Das war es dann an dieser Stelle schon im großen Ganzen. Und wenn jetzt so ein Status hier hinterlegt wird, dann ist klar, dass die Entgeltreduzierung gemäß dieses Moduls laufen soll und dann kann der Netzbetreiber in seiner Netzentgeltabrechnung dieses Stammdatum aus seinem System aufrufen, weiß, alles gleiche gibt es eine Reduzierung anhand eines Prozentwertes oder wie auch immer und dann wird es in der Abrechnung entsprechend schon berücksichtigt in der Netzabrechnung, die dann erstmal an den Lieferanten geht und dann weitergereicht wird. Ist also ein absolut logischer Punkt, an dem jetzt hier etwas geändert wird. Dadurch entstehen dann Stammdaten Hinterlegungen und die werden dann bei der Abrechnung einfach gecheckt und entsprechend verringert wird abgerechnet. Und wie gesagt, haben wir das jetzt nun für verschiedenste Dokumente, in denen wir also beispielsweise die Energiefinanzierungsgesetz Anpassungen haben oder diese § 14a Steuerbach Verbraucher Anpassungen haben. Wir sind im großen Ganzen wegen diesen Themen jetzt hier nochmal unterwegs. Es muss also in den diversen Formaten etwas angepasst werden. Wir haben die vorhin uns einmal ganz kurz in der Liste angeschaut. Das ist am Ende des Tages ärgerlich, dass es so kurzfristig jetzt kam. Es war aber auch notwendig, dass es so kurzfristig kam. Wir haben so ein paar Anpassungen Richtung Blindarbeit, vor allem so Korrekturen, wo Messprodukte zum Beispiel auch gelöscht worden sind, obwohl sie ja immer noch relevant sind, weil die Blindarbeit ja erst zum Jahreswechsel switcht, von der Marktlokation zur Netzlokation. Auch da gab es so ein paar Fehler. Und ansonsten sind es vor allem noch Kleinigkeiten, also hier und dann noch Bedingungsfehler, die einfach immer mal wieder vorkommen oder so Referenzierungen, die nicht richtig waren, auf Dokumente oder Formulierungen, die mittlerweile anders heißen. Aber sowas passiert immer. Das sind ganz normale, übliche Fehlerkorrekturen. Mehr ist es eigentlich nicht im Großen und Ganzen, mal so grob gesagt. Also das war es dann auch schon. Habt ihr Bedarf, sowas euch weiter anzuschauen, dann haben wir natürlich auf nnf.de den Fachkurs zur Markoänderung, die jetzt zum Oktober kommt. Der ist, wie gesagt, jetzt vergleichsweise günstig, weil er zu spät rauskommt. Deswegen habe ich ihn klar rabattiert. Wer in unserem Abo-Modell dabei ist, das praktisch abonniert, der kriegt diesen Fachkurs auch direkt dann mit freigeschalten und kann den dann auch immer sich noch anschauen, solange das Abo läuft. Wer ansonsten einfach allgemein Energiewirtschaft sich anschauen will, unser großer 20-stündiger Videokurs für den Einsteigerkurs Energiewirtschaft ist natürlich auch im Moment rabattiert, weil ich im Oktober auf der Zielgeraden zu 8000 Abonnenten sowieso gerade alles runtergesetzt habe. Schaut euch das an, ich verlinke das alles unten in der Videobeschreibung. Alles klar. Wenn ihr jetzt konkrete Fragen noch habt zu diesen kurzfristigen Änderungen, dann gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten immer like das Video und abonnent den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft Einfach der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.